Oh shit, sag meiner Mutter bloß nicht, dass ich dieses Buch lese. Sie denkt, ich gucke ein Porno und hole mir einen runter. Meine Frau glaubt, ich bin mit meinem Kekkelklub-Kummer ist auf dem Roller Mann. Verrat mich nicht! Meine Freundin denkt, ich bin mit ihren zwei besten Freundinnen in der Welt. Unbedingt lesen. Aber nicht erwischen lassen.